Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Begrüßen Sie mindestens zwei Sitznachbarn. Preist den Herrn. Sagen Sie, schön, Sie kennenzulernen, wenn Sie sich noch nicht kennen. Wenn Sie sich schon kennen, sagen Sie, du siehst aus wie mein Schwiegervater. Sagen Sie ihnen, dass in diesem Gottesdienst etwas Gutes geschehen wird. Preist Gott. Im Buch Hesekiel gibt es einen Vers über den zukünftigen Tempel. Es wird einen zukünftigen Tempel geben. Die Bibel spricht darüber. Es ist der Tempel von Hesekiel. Dort steht, dass die, die zum Nordeingang hineingehen, durch den Südeingang hinausgehen werden. Und die, die vom anderen Eingang kommen, werden auf der gegenüberliegenden Seite hinausgehen. Warum gehen Sie nicht am gleichen Ort hinein und hinaus, ganz abgesehen von den praktischen Gründen? Nun, ich denke, dass Gott uns damit sagen will, dass wir nie gehen, wie wir gekommen sind, wenn wir in seiner Gegenwart waren. Denken Sie also daran, wenn Sie ins Haus Gottes kommen. Es geht nicht um das Gebäude, sondern um den Leib Christi mit seinen vielen Gliedern. Wenn wir zusammenkommen, liegt auf der Gemeinschaft ein Segen, den wir allein nicht erleben können. Dieser Segen hilft uns leichter zu empfangen. Und es geht immer ums Empfangen. Im Leben eines Christen geht es immer ums Empfangen. Als Jesus das Bild beschrieb, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagte er uns damit, dass es unsere Aufgabe ist, zu empfangen. Die Rebe kann nur empfangen. Die Rebe ist nicht der Teil, der etwas produziert. Sie ist nicht die Quelle der Frucht. Sie ist nicht die Kraft, die Frucht bringt. Sie trägt die Frucht nur. Sie ist der Teil, der empfängt und an dem sich die Frucht zeigt. Die Leute sehen den Segen Gottes in unserem Leben, aber seine Quelle befindet sich außerhalb dieser Erde. Als Gott den Menschen schuf, stellte Gott ihn in den Garten Eden. Gott hatte die Himmel erschaffen und das ganze herrliche Universum. Aber Gott fand, das sei nicht gut genug für den Menschen. Also nahm Gott seine ganze schöpferische Weisheit und erschuf das Paradies, einen bestimmten Ort auf der Erde, von dem aus der Mensch über die Welt herrschen sollte. Das war Gottes Traum für den Menschen. Gott gab dem Menschen diesen herrlichen Ort namens Paradies. Dort war für alles gesorgt. Der erste Tag, den Adam und Eva erlebten, war ein Tag der Ruhe. Wussten Sie das? Ihr erster Tag war ein Tag der Ruhe. Überlegen Sie sich das einmal. Wir missachten dieses Prinzip heute. Wir denken, wir müssten immer etwas tun. Dabei hat Gott uns zum Seinen erschaffen. Wir sind geschaffen, um zu empfangen und das vollendete Werk zu genießen. Adam und Eva wurden geschaffen, um das vollendete Werk zu genießen. Gott schuf alles, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. In der Bibel steht, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Gott schuf alles für den Menschen. Und am sechsten Tag schuf Gott den Menschen. An jedem Tag vorher hatte Gott immer, wenn er etwas erschaffen hatte, gesagt, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war. Aber bei Menschen sagte Gott, dass es sehr gut war. Sehr gut. Der Mensch war also Gottes Meisterwerk. Warum? Weil Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf. Und Gott gab dem Menschen etwas, das er keinem anderen Geschöpf gegeben hatte. Nämlich eine Seele, die ewig lebt. Der Mensch hat eine Seele, die ewig lebt. Gott hauchte den Menschen an und der Mensch wurde eine lebendige Seele, heißt es in der Bibel. Vorher war er nur eine Art Schaufensterpuppe. Gott schuf ihn aus dem Staub der Erde, doch er war leblos. Er konnte sich nicht bewegen. Aber dann hauchte Gott ihn an. Der Teil des Menschen, der vom Atem Gottes kommt, ist also ewig. Deshalb, wenn man stirbt und nicht gerettet ist, wenn man sein Vertrauen nicht auf Jesus gesetzt hat und seine Sünden nicht vergeben sind, deshalb gibt es einen Ort. Wir wissen, dass es nach diesem Leben ein Gericht gibt. Es gibt einen Ort, an den Gott den Geist des Menschen schicken muss, weil er ewig ist. Der Mensch kann nicht einfach den Himmel betreten. Denn sobald man gesündigt hat, ist der ganze Einklang des Himmels gegen einen. Ohne einen erneuerten Geist kann man den Himmel nicht betreten. Unser Geist muss von Neuem geboren sein. Aber zurück zum Thema. Gott stellte den Menschen also in eine vollkommene Umgebung. Das Werk war vollendet. Es gab nichts mehr zu tun. Im einzigen Gebot, das Gott dem Menschen gab, ging es darum, etwas nicht zu tun. Ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Von allen anderen Bäumen im Garten darfst du essen. Stellen Sie sich diese Vielfalt vor, die vielen verschiedenen Bäume. Es gab Lebensmittel, die heute durch den Sündenfall ausgestorben sind. So wie manche Tiere. Gott hat uns eine Zunge mit verschiedenen Geschmacksknospen gegeben. Überlegen Sie sich das einmal. Gott hätte uns auch nur einen Geschmack geben können. Wir würden uns nicht einmal beschweren, weil wir nicht wüssten, wie salzig oder bitter oder süß oder Umami schmeckt. Heute gibt es auch noch Umami. Gott hat uns all das geschenkt, weil er will, dass wir genießen können, was er hat. Der erste Tag des Menschen war also ein Tag der Ruhe. Und hier wird in der Bibel zum ersten Mal Heiligkeit erwähnt. Gott heiligte den siebten Tag. Den Sabbat gab es also schon lange vor den Zehn Geboten. Gott heiligte den siebten Tag, weil er an ihm ruhte. Nicht, weil er müde war, sondern weil er seine Arbeit beendet hatte. In der Bibel heißt es, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Er machte ihn heilig. Dort, wo in der Bibel zum ersten Mal Heiligkeit erwähnt wird, geht es um Ruhe. Und ich denke, dass das Prinzip heute immer noch das gleiche ist. Wir können nur heilig sein, wenn wir lernen zu ruhen. Es bringt nichts, wenn wir mit einem ruhelosen Geist versuchen, heilig zu sein. Mit einem Geist, der voller Arbeit ist und es selbst schaffen will. Der gestresst ist und sich von allem um ihn herum beunruhigen lässt. Gott möchte, dass wir ruhen. Amen. Der Mensch konnte also an seinem ersten Tag die Ruhe, die Liebe und die Gunst Gottes genießen. Doch leider ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Der Mensch sündigte vor Gott. Er war in einer vollkommenen Umgebung, in der alles ein Zeugnis für Gottes Güte war. Er war von Beweisen dafür umgeben. Und doch sündigte er. Ganz anders war es, als Jesus in der Wüste versucht wurde. In der Wüste sieht alles danach aus, als würde Gott nicht für einen sorgen. Es gibt dort nichts, das ein Zeichen für seine Versorgung, seinen Überfluss und seine Güte wäre. Und doch gehorchte Jesus. Adam sündigte in einer vollkommenen Umgebung. Jesus gehorchte in einer Umgebung, die all dem entgegengesetzt war, was gut ist. Das ist eine wunderschöne Geschichte und zeigt den Gegensatz zwischen dem ersten und dem letzten Adam. Der Mensch sündigte und mit ihm wurde die ganze Schöpfung vergänglich. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen. Er stellte mir Fragen über Reichtum. Er machte sich Sorgen, weil er woanders etwas über das Wohlstandsevangelium gehört hatte. Ein toller Junge. Er erinnert mich an mich, als ich in diesem Alter war und viele Fragen gestellt habe. Sehen Sie, die Frage nach Reichtum erübrigt sich, wenn wir Gottes ursprünglichen Plan anschauen. Hätte Gott Armut gewollt, hätte es im Paradies einen armen Bereich gegeben. Wäre Armut Gottes Wille, hätte es im Garten Eden irgendwo Armut gegeben. Und es geht nicht nur darum, wie alles angefangen hat, sondern auch darum, wie alles endet. Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Die Straßen sind aus Gold. Gott hätte das nicht so machen müssen. Gott hätte wenigstens die Straßen aus Teer machen können, nicht wahr? Er hätte das für den Himmel tun können, aber das hat er nicht. Übrigens, die Straßen sind nicht vergoldet, das ist die Sprache der Menschen. Die Straßen sind nicht nur vergoldet, sondern ganz und gar aus Gold. Bis in die Tiefe, alles Gold. Ich meine, warum sollte Gott das tun? Hat Gott keine Angst, dass man ihm vorwerfen könnte, ein Wohlstandsgott zu sein? Ich bin nicht für einen Wohlstand, bei dem es darum geht, sich selbst zu bereichern und habgierig zu sein. Ich spreche davon, dass Gott uns versorgt, sodass wir ein Segen für andere sein können. Ist Ihnen bewusst, dass arme Menschen andere nicht beschenken können? Wenn Sie in Länder reisen, in denen fast alle in Armut und Elend leben, dann kann dort niemand einfach in ein Restaurant gehen und etwas zu essen bestellen. Sie müssen sich dort ihr Essen zusammenkratzen. Viele verkaufen ihre Töchter mit zwölf oder dreizehn in die Prostitution. Das macht die Armut mit Menschen. Armut ist nichts Heiliges. Reichtum auch nicht. Aber Sie können mir nicht erzählen, dass Gott seine Kinder nicht versorgen will. Wir sollen nicht habgierig sein. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Wir sollen das Geld gebrauchen, aber Gott und die Menschen lieben. Und nicht das Geld lieben und die Menschen gebrauchen. Und alle Leute sagen Amen. Was geschah also, nachdem der Mensch gesündigt hatte? Er sehnte sich nach all dem Guten im Garten Eden. Und ich finde, dass das Symbol für dieses Sehen nach Gottes Güte sein Bauch ist. Gott hatte ihn mit allem versorgt. Doch nun machte der Mensch seinen Bauch zu seinem Gott. In der Bibel steht, ihr Bauch ist ihr Götze. Das steht im Philippabrief. Heute sonnen sich die Menschen in ihrer Schande. Es ist schändlich, aber sie sonnen sich darin. Sie rühmen sich dafür. Heute ist ihr Bauch ihr Götze. Mit anderen Worten, sie lassen sich von ihren Begierden treiben. Nun, da sie aus dem Paradies vertrieben und von Gott abgefallen sind, begehren die Menschen, was sie nicht haben können. Sie machen die Erfüllung ihrer Begierden und ihrer Gelüste zum Wichtigsten in ihrem Leben. Ihnen ist gleich, wer dabei verletzt wird. So ist der Mensch. Genauso ist es mit den Erfindungen des Menschen, wie dem neuesten iPhone, dem neuesten Handy oder was für ein Gerät es auch sein mag. Denken wir einmal nach. Wozu brauchen wir Erfindungen? Weil der Mensch gefallen ist. Sie sind ein Zeichen für den Sündenfall. Wir erfinden lauter neue Dinge, wie es im Buch Prediger heißt. Gott hat den Menschen recht gemacht. Sie aber suchten große Erkenntnisse. Dass wir so viel erforschen wollen, ist ein Zeichen für den Sündenfall. Gott hatte für alles gesorgt. Doch wir erfinden ständig etwas. Und dann müssen wir etwas erfinden, um unsere erste Erfindung zu unterhalten. Dann müssen wir wieder etwas erfinden, um diese neue Erfindung am Laufen zu halten. Es ist ein ständiges Erfinden und Verkaufen. Einige Leute verdienen viel Geld an der Mehrheit der Menschen. Und dieser Mehrheit wird die ganze Zeit etwas angepriesen. Man sagt ihnen, dass sie dieses und jenes Produkt brauchen. All das ist ein Zeichen für den Sündenfall. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass das die Welt ist, in der wir leben. Und ich sage, dass der Mensch von Gott abgefallen ist. Aber wir rühmen uns noch unserer Schande, deren Ende das Verderben ist, wie es in der Bibel heißt. Doch Gott ist in all das hineingekommen und hat seinen Sohn gesandt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns seinen eingeborenen Sohn sandte. Einmal stand ein Junge in der Sonntagsschule auf, um Johannes 3, Vers 16 aufzusagen. Aber er hatte ein Wort vergessen. Und so sagte er, dass Gott uns seinen verlassenen Sohn sandte. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, lag er gar nicht so falsch. Am Kreuz wurde der eingeborene Sohn zum verlassenen Sohn. Damit Gott sie nie verlassen, noch aufgeben, noch vergessen wird. Preis den Herrn. Gott sei Dank ist Jesus gekommen. Wir sind heute von Neuem geboren und erfüllt genau den Bereich, der ein Symbol für unsere Sehnsüchte und Begierden ist, die nicht erfüllt werden können. An Hoschanarabah, dem letzten Tag des Laubhüttenfestes, heißt es in der Bibel in Johannes 7, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme, aus seinem Leib, Bauch. Manche neuere Übersetzungen schreiben hier aus seinem Inneren, aber im Griechischen steht hier wörtlich das Wort für Bauch. Unser Bauch, unser Leib, dort wo unser Hunger, unsere Begierden und unsere Sehnsüchte sitzen, vor allem nach Essen. Aber der Mensch sehnt sich nach mehr als Essen. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was bedeutet das? Dass alle Sehnsüchte erfüllt sind. Ströme lebendigen Wassers. Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt und von mir trinkt, sollen aus eurem Bauch Ströme, dieser Teil von uns, der immer mehr will und nie genug hat, wird so erfüllt sein, dass Ströme lebendigen Wassers daraus hervorfließen. Ich will Ihnen etwas über das Fließen sagen. Ein Gefäß kann erst überfließen, wenn es so voll ist, dass es überläuft. Es kann erst überfließen, wenn es voll ist. Haben Sie schon einmal Ihre Tasse ausgespült und den Wasserhahn laufen gelassen und etwas anderes gemacht? Was passiert, wenn die Tasse voll ist? Sie fließt über. Amen? Preist Gott. Und dann ist sie auch ganz sauber. Gott will also, dass wir überfließen. Es geht nicht nur um uns, sondern darum, für andere ein Segen zu sein. Ein Brunnen ist für den eigenen Gebrauch da. Der Brunnen war damals etwas, das eine Familie für sich nutzte. Er war Privatbesitz. Aber ein Strom ist für alle da. Gott hat uns mit der Ewigkeit im Herzen geschaffen. Es gibt diesen Vers in Prediger 3. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. So wie in dem schönen Lied. Er macht alle Dinge gut, zu seiner Zeit. Er macht alle Dinge gut, zu seiner Zeit. Wenn Sie also auf etwas warten und es nicht zu kommen scheint, glauben Sie mir, Gott macht es vortrefflich zu seiner Zeit. Er hat einen Zeitplan. Und in dieser Zeit, hören Sie gut zu, will Gott uns etwas lehren. Wenn wir zum Beispiel das Abendmahl feiern, erwarten wir sofort, dass sich unsere Heilung zeigt. Aber Gott hat einen Zeitplan. Und bis dahin möchte er, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Deswegen ist das Abendmahl eine so wunderbare Sache, besonders wenn man es täglich feiert. Wir kommen immer zum Herrn und denken nur daran, was wir brauchen. Ich brauche in diesem Bereich Heilung. Aber Gott freut sich einfach, dass Sie zu ihm kommen. Ich liebe meinen Sohn Justin und wissen Sie, was ich am meisten liebe? Einfach mit ihm zusammen zu sein. Er muss nicht viel für mich tun. Er kann über Sachen reden, die keinen Ewigkeitswert haben. Er redet über Spiele und so weiter. Aber ich freue mich einfach daran, ihn anzuschauen, ihm zuzusehen, wie er redet und bei ihm zu sein. Ich liebe es, ihn im Arm zu halten, wenn er nur bei mir ist und zu mir kommt. Und genauso geht es auch Gott. Gott weiß, dass er jedes Mal, wenn sie das Abendmahl feiern, Zeit mit ihnen verbringen darf. Deswegen nennen wir es auch Kommunion, Gemeinschaft. Und Gott sagt es hier ganz klar. Schauen wir uns dieses Wort an. Auf Hebräisch heißt es, auch die Olam, die Ewigkeit, hat er ihnen ins Herz gelegt. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Der Mensch wurde also für die Ewigkeit geschaffen. Und deswegen ist er nicht mit weniger zufrieden. Der Mensch, der für die Ewigkeit geschaffen wurde, versucht heute, sich und seinen Bauch mit vergänglichen, irdischen, zeitlichen Dingen zu füllen. Aber das sättigt nicht. Wir sind für Höheres geschaffen. Weniger macht uns nicht zufrieden. Menschen können auch Gras essen, wenn sie großen Hunger haben. Aber sie wurden nicht dafür geschaffen, Gras zu essen. Ich weiß, dass manche von ihnen alles Mögliche essen. Die Chinesen essen die verschiedensten Kräuter. Und sogar Würmer gelten als Heilmittel. Nicht wahr? Amen? Sie können ruhig Amen sagen. Ich weiß es sowieso. Gott hat sie für die Ewigkeit geschaffen. Und nur die wird sie erfüllen. Gott hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Deswegen sind die vergänglichen Dinge der Erde nicht genug. Können Sie mir soweit folgen? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn dann verstehen wir, dass Gott uns einen Weg zeigt, wie wir erfüllt sein können. Gehen wir zu Lukas 10. Lernen Sie alle etwas? Vergessen Sie es nicht. Sagen Sie zu Ihrem Nachbarn, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Übrigens, Ihr Körper wurde auch für die Ewigkeit geschaffen. Gott hatte uns erlaubt, vom Baum des Lebens zu essen. Das bedeutet, dass wir für immer in unserem Körper gelebt hätten. Doch was tat Adam? Er aß stattdessen von dem Baum, von dem er nicht essen sollte. Deswegen verfällt unser Körper und wird alt und die Menschen sterben. Gott wollte nie, dass der Mensch stirbt oder altert. Er wollte nie, dass die Menschen krank werden. Amen? Amen? Falls jemand Sie fragt, wir alle glauben, dass Gott heilt. Amen? Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der mich fragte, glauben Sie, dass Gott heilt? Aber was ist mit den wenigen, die nicht geheilt werden? Und ich sagte, darüber denke ich nicht nach. Ich juble über die, die geheilt werden. Wir sollten die Gemeinden, die Heilung predigen, dazu ermutigen, es noch mehr zu tun. Wenn man nach den Sternen greift, erwischt man vielleicht den Mond. Aber wenn man es gar nicht erst versucht, hat man zu 100% Erfolg. Wenn man nicht predigt, dass Gott heilt, hat man also eine gute Ausrede. Wenn Menschen krank werden, muss der Pastor nichts erklären. Er muss nicht erklären, dass er nicht in der Bibel nach Gottes Willen geforscht hat, um herauszufinden, ob Gott uns Heilung schenken will. Er hat eine gute Ausrede. Ich habe ohnehin die Heilung gepredigt. Wenn man krank ist, ist das eben Gottes Wille. Das Komische ist nur, was tun diese Leute, wenn ihr Kind tagelang hohes Fieber hat? Sie bringen es sofort zu einem Arzt. Das sind die Gleichen, die predigen, dass Gott aus irgendeinem Grund Krankheiten schickt. Sie denken, das ist sicher die Ausnahme. Aber bei ihrem Kind gibt es nie eine Ausnahme. Mit ihm gehen sie sofort zum Arzt. Das stimmt doch etwas nicht. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber das ist heuchlerisch. Wir glauben, dass Gott so viele Menschen heilen will wie möglich. Nicht jeder, der bei einer Evangelisation von Billy Graham war, ist gerettet worden. Aber über diese wenigen hat sich Billy Graham keine Gedanken gemacht. Er hat Gott für die gedankt, die gerettet wurden. Bedeutet es, wenn Menschen nicht gerettet werden, dass das nicht Gottes Wille für sie ist? Nein, Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn es Menschen gibt, die nicht gerettet sind, heißt das also nicht, dass das Gottes Wille wäre. Jeder von ihnen hat einen anderen Grund, warum er Christus nicht annehmen oder an ihn glauben will. Aber es ist nicht Gottes Wille. Wenn Gott seinen Willen auf der Erde durchsetzen würde, hätten wir wieder das Paradies auf Erden. Gott bekommt also offensichtlich nicht immer seinen Willen. Und das liegt nicht an den Tieren oder an der Erderwärmung. Es liegt an diesen aufrechtgehenden Wesen, die Gott geschaffen hat. Die ganze Schöpfung stöhnt wegen der Menschheit. Die ganze Schöpfung leidet durch die Sünde des Menschen. Aber eines Tages werden sie wieder in vollkommener Harmonie leben. Moskitos werden nicht mehr stechen. Es wird kein Dengue-Fieber und Gelbfieber mehr geben. Sie werden zusammen singen. Alles wird wieder so sein, wie Gott es ursprünglich gedacht hatte. Gott hat Moskitos geschaffen, aber nicht zum Stechen oder zum Krankheiten übertragen. Gott hat die Tiere geschaffen, aber nicht als Fleischfresser. Erst nach dem Sündenfall wurden sie zu Fleischfressern. Gott hat nicht so geschaffen, dass es verletzt oder zerstört. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wird sich sogar das Reich der Tiere verändern. Der Wolf und das Lamm werden nebeneinander liegen, wenn Jesus da ist. Deswegen heißt es auch in der Bibel, dass die wilden Tiere bei ihm waren, als er in der Wüste war und versucht wurde. Die wilden Tiere waren bei ihm und saßen um ihn herum. Keines konnte ihm etwas antun. Sie waren wieder in der Gegenwart des Sohnes, des Wunderbaren, der sie geschaffen hat. Durch ihn, Jesus, den Sohn Gottes, ist alles geschaffen worden. Sohn Gottes, der Jochen hat die Tierärerkarte hier.